Entschuldigen Sie bitte, Herr Graf. Ihr Sohn möchte mit Ihnen sprechen. Oh, stellen Sie den hin. Ja. Ein falsches Wort. Hallo Hannes, wie geht's? Hannes, so schnell geht das nicht. Das ist ein Gericht, kein Burgerladen. Ich dachte, dein Anwalt hätte so eine gute Idee. Ja, weißt du, da müssen noch ein paar Kleinigkeiten geklärt werden. Und wieso kapiert denn keiner, dass Mama unschuldig ist? Hannes, weißt du, manche Menschen kennen sie eben nicht so gut wie du und ich. Aber, hey, jetzt mach dir keine Sorgen. Ich hol sie da raus, das verspreche ich dir. Schwörst du mir das? Ich schwör's. Hör mal, ich melde mich gleich nochmal, wenn ich in meiner Suite bin, okay? Okay. Bis. Bis gleich. Ich fürchte, Superdaddy wird versageln. Superdaddy versagt nie.